Wer Deutschland mit einem Mietwagen erkunden möchte, sollte die Bundeshauptstadt Berlin in jedem Fall einplanen. Sie ist ein Magnet für Kunst und Verschmelzung verschiedenster Kulturen. Ob Brandenburger Tor oder Wannsee, genießen Sie Berlin. Umgeben von wunderschönen Landschaften mit Weinbau liegt die schwäbische Stadt Stuttgart. Machen Sie von hier einen Abstecher nach München und erleben Sie die bayerische Lebensart. Der Englische Garten und die Marienkirche sind nur zwei von vielen Sehenswürdigkeiten dieser ganz besonderen Stadt. Das Frankfurter Bankenzentrum thront am Mainufer, während die Semperoper in Dresden und das Schloss Sanssouci in Potsdam auf Sie warten. Lassen Sie sich von Deutschlands schönster Seite verführen. Fahren Sie sicher auf Deutschlands Straßen mit einem Mietwagen von AutoEurope.